Moin Moin und herzlich willkommen zu BotchingTV, dem kürzesten Reisemagazin der Welt. Ja, ich bin jetzt hier in Chiligo und das ist der Dome Mountain. Ja, das Ding an dem Dome Mountain ist, dass man, äh, ja, aufklettern kann man da schon. Nun, das Runterkommen ist immer so eine Sache, wenn man nicht so ein, ähm, drei Leute, das ist alles, ne? Wenn das nämlich da runtergeht. Und, äh, ja, gucken wir mal, ob ich da heil runterkomme und ob man euch noch berichten kann, wenn ich da runtergekommen bin. Bis dann, Benni Mein, Tschüssi! Bis dann, Benni, Benni! Bis zum nächsten Mal.